Hallo Leute, willkommen zu meinem Samstagsvideo. Heute, wie ihr seht, nicht stationär, sondern heute mache ich ein kleines besonderes Video. Denn aktuell ist es bei mir leider so, dass ich nicht wirklich dazu komme, die stationären Videos zu machen, da der kleine Mann leider mitten im Sprung ist und dadurch total anstrengend und nicht sonderlich gut drauf und mich nicht dazu kommen lässt, ein Video zu planen und fertig zu machen, was wirklich mehr Arbeit ist als jetzt ein Blog, wo ich einfach spontan quatsche. Jetzt ist es gerade mal ein bisschen ruhiger und jetzt ist er gerade mal einigermaßen entspannt. Ich zeige euch dafür stattdessen einfach mal und erzähle euch mal ein bisschen, wie ich meinen Vormittag verbringe. Ich habe immer so quasi von 8 bis 13.30 Uhr meine Ich-Zeit, wo ich jetzt nur mit Soho zu Hause bin, wo der Kleine, äh, ja, der Kleine, wo der Große, also Gio in der Tagespflege ist, habe quasi zu der Zeit, also diese 5,5 Stunden sind so meine Zeit, in der ich alles machen kann, was ich halt so machen möchte den Tag über. Das heißt, ich fange morgens an, ich stehe auf, ich stehe auf, ähm, ich fange an zu fegen, das heißt, ich kümmere mich um die ganze Wohnung. Ich fege, ich wische, ich mache die Küche in Ordnung, ich räume auf, ich mache hier sauber, das sieht man nämlich, jetzt habe ich das noch nicht gemacht, also ich habe beziehungsweise noch nicht aufgeräumt. Danach geht dann noch das Katzenklo ran, der Rest der Wohnung wird aufgeräumt und dann ist es meistens so gegen 9. Dann fange ich an, Videos zu schneiden und zu bearbeiten, denn das muss ich vormittags machen, nachmittags ist ja der Große da und dann ist es meistens Zeit fürs Frühstück. Das ist bei mir gegen 11. Ich wollte darüber eigentlich das Video heute machen, über, ähm, über das Fasten, was ich mache, aber das wird sich da wahrscheinlich nochmal eine Woche verschieben. Ich hoffe, dass ich es zunächst eine Woche schaffe, ich werde dann am Wochenende hoffentlich drehen können, dass vielleicht mein Mann mal mit den Kindern rausgeht oder so, keine Ahnung, vielleicht zum Spielen, dass ich mal irgendwie das Video aufnehmen kann, weil jetzt ist es momentan einfach nicht machbar, weil ich habe relativ viel zu tun mit den Vlogs, dadurch, dass ich ja drei Videos mache und jetzt zeige ich euch gleich mal den kleinen Mann. So, hallo zurück. Ich habe mich jetzt mal hier mit dem kleinen bisschen hingelegt. Der möchte nämlich ein wenig spielen, beziehungsweise braucht jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. So könnt ihr mal quasi sehen, so sieht das aus, wenn ich mit ihm ein wenig spiele. Ähm, der Kleine hat ja eine Spieldecke, auf der er sich dann immer hinlegt. Da kann er dann vor sich hinwuseln, sich ein bisschen bewegen, denn da muss er viel üben, dass er sich viel bewegt, viel vor sich hinzappelt. Mach das mal, zeig das mal. Das ist ja gerade natürlich total ruhig. Ah, na also. Bimmel, bimmel. Und dann kann ich mich hier mit ihm hinlegen, mit ihm ein bisschen spielen. Aber ich hoffe, dass ich nächsten Samstag wieder mein geplantes Video machen kann, denn der kleine Mann möchte mich einfach bei sich haben und möchte die Aufmerksamkeit für sich haben. Und wenn ich mich halt nicht konzentrieren kann, dann ist das auch nicht schön. Ich möchte nämlich nicht unbedingt mit einem komplett durchgearbeiteten Script arbeiten, wo ich nur ablese, sondern halt auch meine eigenen Gedanken einbringen und spontan bleiben. Aber wenn ich mich absolut nicht konzentrieren kann, dann ist das natürlich doof. Und ich möchte natürlich nur Content machen, mit dem ich selber auch zufrieden bin. Das heißt, ich habe zwar was aufgenommen, habe ständig die Sätze abgebrochen, wieder neu angefangen und habe irgendwie keinen richtigen roten Faden gehabt. Denn jetzt ist es nämlich heute schon Donnerstag und ich muss das Video ja auch noch fertig machen für Samstag. Und da ich immer nur die Vormittage habe und jetzt quasi den Vormittag zum Aufnehmen brauche und dann den nächsten Vormittag zum Schneiden und dann vielleicht am Samstagvormittag noch was machen kann. Ich verspreche, wie gesagt, nichts. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich kann aufgrund der Kinder nicht versprechen, dass es immer regelmäßig bleibt. Im Zweifelsfall mache ich heute solche Füllvideos, indem ich einmal ein bisschen erzähle, was so los ist und ihr ein bisschen seht, was so los ist, damit ihr euch vorstellen könnt, warum es so ist, wie es ist. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas plant und es überhaupt nicht so läuft? Was macht ihr, wenn ihr irgendwie was unbedingt erledigen wollt und nicht dazu kommt, wenn ich was machen möchte und wenn ich wirklich jetzt irgendwie vorhabe, okay, ich möchte jetzt drehen, ich möchte jetzt dieses Video fertig machen, damit das Samstag hochkommt. Ich bin ja leider so ein bisschen perfektionistisch. Ich sage, dass ich nichts verspreche, aber ich möchte es halt trotzdem. Also ich möchte halt trotzdem die Videos hochladen. Was macht ihr, wenn ihr sowas plant und wenn es überhaupt nicht nach eurem Plan geht? Wie könnt ihr euch da irgendwie entspannen? Also schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin nämlich dann immer total genervt, wenn ich nicht das schaffe. Ich habe nämlich schon immer To-Do-Listen für den Tag und versuche alle To-Do-Listen. Also ich habe quasi eine wöchentliche To-Do-Liste, was ich die Woche über mache. Das heißt zum Beispiel Mittwochs beziehe ich das Bett immer neu und am Sonntags wird das Bad geputzt. So als Beispiel. Dann gibt es die tägliche To-Do-Liste, was halt wirklich jeden Tag gemacht werden muss. Die Küche aufräumen und putzen, fegen. Dann gibt es halt noch die To-Do-Liste, was gerade aktuell so ansteht, was halt in den nächsten Tagen gemacht werden muss, aber jetzt nicht jeden Tag, sondern halt gerade gemacht werden muss. Und wenn ich diese To-Do-Listen nicht abarbeiten kann und nicht alles fertig habe, dann werde ich mal total wahnsinnig. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen komisch oder so. Viel zu perfektionistisch für sowas, fürs Kinderhaben, weil ich will immer alles fertig haben. Ich will den Haushalt immer perfekt haben, aber es geht halt nicht. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass das Samstagsvideo jetzt so anders ausfällt und nicht das geplante Video kommen kann. Ich hoffe, nächste Woche klappt es. Wie gesagt, ähm, äh. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Video wieder sehen. Vergesst nicht, ein Like zu geben und ein Abo da zu lassen, falls ihr das noch nicht getan habt und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich nichts verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! M-M-M! Ciao!